Hallo zu unserem neuen Vlog. Momentan läuft das Stadtradeln und in den letzten eineinhalb Wochen habt ihr schon mehr als 28.000 Kilometer zurückgelegt. Ich bin mir sicher, dass wir bis zum Ende des Vlogs oder bis er online ist, die 30.000 Kilometer geknackt haben. Mehr als 250 Bürger und Vertreter fast aller Fraktionen der Gemeindevertretung beteiligen sich daran. Ich selbst bin in den letzten Wochen auch wenn möglich mit dem Rad oder einem unserer Dienst-E-Bikes aus dem Rathaus unterwegs. Aber auch sonst ist in den letzten Tagen einiges passiert. Wir haben an verschiedenen Stellen in der Gemeinde kostenlose WLAN-Hotspots, die gut genutzt werden. Durch ein Förderprogramm können wir das Angebot nun erweitern. Der Ausbau wird über die nächsten Wochen erfolgen. Zum Beginn der Woche konnte der erste neue Hotspot von Bauhof-Mitarbeiter Carsten Göllner installiert werden. Die Singberg-Schule ist die größte Schule der Wetterau. Die Schüler nutzen die unterschiedlichsten Wege, um zur Schule zu gelangen. Einer davon führt vorbei am Lindenbaum, an dem in den nächsten Wochen ein Fußgängerüberweg entstehen soll. Ich habe mir gemeinsam mit unserer Sozialausschussvorsitzenden Magda Gerlach und unserem Ordnungsamtsleiter Thorsten Höhne einen Eindruck vor Ort verschafft. Im Anschluss haben wir uns gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Nicole Lehmann und Einrichtungsleiterin Annett Kraft das neue Außengelände der grünen Gruppe in der Kita Löwenzahn angeschaut. Der im Nachbargebäude untergebrachte Gruppenraum wurde im vergangenen Jahr saniert und hat ein eigenes Kleinkindgerechtes Außengelände erhalten. Die Arbeiten wurden zum Großteil von unseren Bauhof-Mitarbeitern durchgeführt. Derzeit findet in den Kindergärten nur ein Notbetrieb statt. In der kommenden Woche startet der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb. So hat es unser hessischer Sozialminister letzte Woche verkündet. Leider hat er es nicht geschafft, den Städten und Gemeinden die genauen Regeln dafür zeitnah zukommen zu lassen. Erst gestern Mittag gingen diese bei uns ein. Zum Glück hat mein Kita-Team in den letzten Tagen mit Hochdruck an einem Betreuungskonzept gearbeitet, das sowohl an die Gesundheit der Kinder und aller Erzieher denkt, als auch eine möglichst große Entlastung für die Eltern beinhaltet. Momentan befinden wir uns in der Endabstimmung des Konzeptes und da jeder unserer acht Kindergärten andere räumliche Voraussetzungen bietet, müssen wir hier sehr ins Detail gehen. Daher werden wir euch am Freitag in einem Sonder-Vlog zum Thema Kinderbetreuung informieren. Bis dahin bitten wir euch von Telefonanrufen abzusehen. Momentan laufen bei uns die Telefone heiß und wir können euch nichts anderes sagen als das, was ich euch gerade gesagt habe. Sorry, das haben wir uns auch anders vorgestellt. Morgentag zum ersten Mal seit Corona wieder der Bauausschuss und nächste Woche finden zwei Sitzungen der Gemeindevertretung statt. Die meisten Auftragsfreigaben kommen allerdings vom Gemeindevorstand und deswegen ist es wichtig, dass der Gemeindevorstand genau über alles informiert wird. Vor der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes wurde ein neues Fahrzeug besichtigt, das auf der Kläreinlage zum Einsatz kommt. Da die Mitarbeiter der Kläranlage auch das Abwassernetz, Pumpwerke und so weiter warten, müssen sie auch unwegsames Gelände gut erreichen können. Es handelt sich deshalb um ein Allradfahrzeug mit Kranaufbau. Insgesamt wurden dafür 50.000 Euro investiert. Hier im Södler Wald sah es bis heute Morgen noch aus wie Sau. Hier hat jemand ungestört eine kleine Party gefeiert und das ganze Gelände war übersät mit Einweggeschirr und Müll. Das ärgert nicht nur mich, sondern auch viele Mitbürger. Die Entsorgung wurde vom Bauhof übernommen und das verursacht Kosten, die von uns allen getragen werden müssen. Abgesehen davon, dass es momentan keine gute Idee ist, in einer größeren Gruppe zu feiern, sind öffentliche Plätze da, um genutzt zu werden. Auch Jugendliche und junge Erwachsene brauchen ihren Raum. Aber räumt bitte euren Abfall auch anschließend weg. Mein Name ist Roland Bente. Mein Sohn Nils und ich bewirtschaften in Wölbersheim einen Ackerbaubetrieb. Der Maschinenring Wetterau hatte letztes Jahr unter seinen Mitgliedern angefragt, wer im Vertragsanbau für sie Dinkel anbauen würde. Nachdem alle Vertragsparameter bekannt waren, haben mein Sohn und ich uns schnell entschlossen, uns hier dran zu beteiligen. Die Vorteile, die wir beim Dinkelanbau sehen, sind recht vielfältig. Da wären zu einem die stetige und starke Nachfrage der Bevölkerung nach Dinkelprodukten. Dann für uns persönlich die Erweiterung unserer Fruchtfolge, um auch mal eine neue Frucht auszuprobieren. Dann ist auch Dinkel umweltschonend, weil im Vergleich zum hier üblich angebauten Weizen benötigt Dinkel weniger Dünge und auch weniger Pflanzenschutzmittel. Wir haben uns entschieden, einen Vertragsanbau für Dinkel anzubieten, weil die Landwirtschaft da einfach einem Trend nachgehen sollte aus unserer Sicht. Dinkel braucht deutlich weniger Pflanzenschutz und deutlich weniger Düngung und ist so doch sehr interessant. Wir haben den Vertragsanbau gewählt, weil hier einfach eine sichere Vermarktungsmöglichkeit für die Landwirte besteht. Wie Sie hinter mir sehen, ist ein sehr schöner, dichter Bestand zu sehen, der auch gesund ist und durch die geringen Produktionskosten können wir den Minderertrag, den Dinkel gegenüber dem Weizen hat, fast auf null ausgleichen. So wie sich die Nachlage jetzt darstellt, werden wir auch zukünftig Dinkel in unserem Anbau weiterführen. Das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!